Es hat nicht so viel Sinn von mir, um viel über Bayern zu reden, weil wir wissen alle, dass sie gut sind. Ich schaue lieber nach meine eigene Mannschaft, die entwickelt sich auch. Und was ich da sehe und spüre, das Teamgefühl, was da herrscht in der Truppe, das ist extrem groß. Wir haben uns gezeigt, dass wir große Gegner schlagen können. Und morgen ist er wieder ein großer Gegner, der größte Gegner von Deutschland, glaube ich. Der beste Verein von Deutschland. Für uns ist es nur eine große Herausforderung, um dahin zu gehen, selbstbewusst zu sein und wissen, warum wir erfolgreich waren, die letzten Spiele und die letzten Topspiele. Und es geht nur um wir. Ich habe es von Anfang an betont, von der Saison, es geht nur um wir. Ich freue mich riesig vor ihm, wie er es macht. Er macht es überragend mit den Bayern. Ich finde, dass die extrem gut spielen, extrem gierig sind. Und das ist, glaube ich, ein großer Verdienst auch von Hansi. Und ich glaube, Hansi hat natürlich bei Bayern gearbeitet früher. Er weiß genau, wie ein Top-Verein tickt. Und ja, er hat schon auch immer, natürlich nicht umsonst zehn Jahre bei der DFB gearbeitet. Ich glaube, er weiß genau, wie er mit Topspielers umgeht. Und das ist natürlich ein großes Kompliment, wie er das macht. Und ich freue mich riesig, ihn morgen zu sehen. Und auch nur als Freunde ihn zu sehen. Und das ist eigentlich auch gut. Natürlich geht es um das Pokal, aber als Mensch ist es auch ein super Mensch.